Hasta la bonni, yahtzi muchachos, wir sind wieder am Stüssel und ich begrüße euch ganz herzlich mit Rainbow Six Siege, ranked auf Kanal heute unterwegs, zusammen mit Marbossa, hallo. So, was geht, Kanal, geile Map eigentlich, wo sind wir, oben, unten, links, gerade raus, hallo. Wir sind oben, eigentlich ne geile Map, ich weiß allerdings immer nicht so richtig, ganz so mega nice, was ich zocken soll. Ich zock Jäger. Meinen sie Salami? Salami Bonbon, hallo? Ja. Was soll ich denn hier zumachen? Salami Bonbon wäre ne geile Map, wir gucken. Allgemein, Fleisch Bonbons, Salaten Bonbon, einmal Fleisch Salat Bonbon, Hack, Hack Fleisch Bonbon, Mett Bonbon, Mett Bonbon. Es gäbe schon ein paar coolen Ideen mit. Fleischwurst, äh, Fleisch Bonbons. So, mach da mal Action, ich mach jetzt nochmal Small Tower auf. Oh, was haben wir denn hier? Kuckuck. Da ist die ganze Lachs zu, das ist Sud, 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 das ist Sud. Und dann kommen wir wieder zu den Lachs Bonbons. Mh, Sud. Bonbons im eigenen Sud. Wo könnte ich noch ein Jäger-Device hinmachen? Echt noch hier? Okay, okay, let's go. Oh, Small Tower ist drin. Oh, Sud. Das war Sky, ne? Das war, ne, Bridge war das. Meine ich ja. Das Amaru. War das Amaru? Ah, okay. Alter, was war das? Digga, hast du's auch gehört? Achso, okay, dann war das, er hat sein, sein Mikrofon angemacht. Und spielt anscheinend nur mit Lautsprechern oder so. Oh! Irgendwer ist verletzt. Ja. Er wird aber, glaub ich, gerade gehoben. Digga, was macht der denn? Hä? Digga, ich muss den gleich stumm schalten. Ja, ich mach das jetzt eben. Der Drecker war das, der Kollege war das. Nein, auf der linken Seite war er, der Dreckige. Ich hätte ihn so, ey. Ich hätte ihn so easy haben können. Fuck. Hier ist der, ne? Red, Red Stairs. Der ist gerade, glaub ich, gestorben. Ja. Ja, der ist tot. Oh, Iana, jetzt auch wieder Red Stairs. Iana, Direction Red Stairs. Iana, Iana, Red Stairs. Oh, echt, du bist wieder da. Kannst sprechen. Nein, ich kannst sprechen. Iana, das. Oh, hier auch. Ah, no. Direction Red Stairs. Die sind beide da, oder was? Einen hab ich da gerade nur noch gesehen. Wo ist der Typ, der hier oben war? Wieder hier. Also, die pümmeln noch unten rum. Und einer läuft, glaub ich, outside rum. Nice. Ja, das war, ich glaub, der letzte ist outside. Los, lauf. Der war hier doch gerade. Der hat gerade hier durchgeschossen. Lauf, Dekor, los. Renn raus. Da musst du eh rein. Oh, mein Gott. Ja, das war Glück. Da war ne Claymore. Wo war er denn jetzt, Alter? Hallo. Hä, wann ist der? Ich hab die ganze Zeit zur Brücke geaimt, Alter. Der muss in irgendeiner Millisekunde, der ich gerade nicht zur Brücke geschaut habe, muss darüber gelaufen sein. Kein Plan, was ich mit Asami hier für Tactics machen soll. Mhm. Man könnte vielleicht irgendwelche Löcher, wenn sie von oben mit Sledge oder so Löcher reinmachen. Ja, ja. Wobei er dann einmal zuschlägt, dann muss ich auch nicht laufen. Naja. Vielleicht kommt von dem hier irgendwo Angst oder so? Ja. Genau, mach ihn Angst. Ich hab noch keine Drohne gesehen bisher. Ja, wir haben jetzt eine, krass. Hallo, wo sie sein? Hier nochmal reinforce, nimmt man ein bisschen. Mhm, mhm. Ich chill erstmal hier. Fernab des Mainstreams sozusagen. Ja! Loll! Ey, wo? Amaru einfach hinter mir reingeorgelt gerade, ey, Junge. Oh, call, call, call. Oh, du. Ich hab's einfach zu spät ge- Amaru in Office. Der Elemente rennen, auf der rechten Seite. Ah, fuck! Ich muss wegrennen. Ich hab mich gespottet. Ich muss jetzt einmal rum. Ey, fick meine Eier, Alter. Warum spielen die Amaru so viel gerade? Er ist doch gerade sogar inständig gestorben mit der Amaru. Wenn man erfolgreich ist, ne? Yana on ping. Another one over there on ping. Amaru on ping. Nice. There's another one. Hör ruhig. Hi. Wo? Yana on ping. Da in der Ecke ist ihm. Steht hinter dem Doker, der da ist. Immer noch genau in der Ecke. Kommt jetzt. Kommt jetzt. Nice. Good job, good job. Hast du ja zwei gelogen. Ja, Logo, Bruder. Hier ist doch nichts. Ich versteck mich hier. Uhu. Gib mir Calls, wenn jemand kommt, ne? Ja. Bei Boat seh ich auch nix. Aber guter Call mit Yana. Wirst du sofort, wo ich hinziehen muss. War aber auch gepinkt. Sind wir immer noch da outside? Gehe ich da hin. Ja, hier. Doch, einer ist da noch. Nein, ich dachte, sie hat mich nicht gesehen. Deswegen bin ich sofort wieder hingegeiert. Aber, der Timing, ne? Ja. Ey, sie ist hochgegangen. Hat sie mich gehört? Da muss ja eine Cam sein. Weil sie ist genau in dem Moment, als ich da hingelaufen bin, hat sie umgeswitcht, die kleine Ratte. Ja, du hast ja den Alarm ausgelöst. Beim Durchlaufen. Ich meinte. Ja, okay, das kann sein. Aber, 2-0. Also, bis auf die Schelle, die ich bekommen habe. Guck dir mal meine geile goldene Akku an, ey. Warte, erstmal weg hier. Ja, der Kasse, der kleine gierige Wurm, ey. Okay, ja. Wo bist du, wo bist du? Warte, warte, warte. Ich mach da dir irgendwas. Äh, zack. Oh. Mut schaust. Mut schaust. Deine Enkelkinder und so. Ich werde auf jeden Fall zur Brücke rüberpimmeln. Da kann ich ja im Wasserabend richtig geil Hindernisse machen, glaube ich. Ich könnte hier so ein Ding hinmachen. Ja, dann kann man theoretisch vielleicht sogar hier über die Füße penetrieren. So, das habe ich einige Frostmatten. Gucken wir mal. Oh. Hier ist einer Marvin. Was heißt hier? Angefragt auf meinem Ping. Der liegt vielleicht auf dem Boden, vielleicht ist er injured. Nein, 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 ist er jetzt nicht injured. Er ist nicht in Wildnung. Und der hat mich gefickt. Da ist noch einer. Ja, ja, ja. Ein Harbin. Two guys on bridge, two guys on bridge. On your left, Castle. Nein. Nein. Alter, das haben wir richtig weggeschmissen, ne? Nein, von... Ich dachte, er wäre rechts neben mir. Hast du es gehört, dass er von hinten kam? Ich dachte, er wäre rechts im Raum. Krass. Ich dachte, er wäre rechts im Büro, ey. Ich habe ihn sehr spät gehört, aber ich war auch nicht sicher von wo. Krass, ne? Und das sind die Rainbow Sounds, ey. Also, hinter mir, das musst du doch hören. No basement upstairs. No basement upstairs. Ich werde red hochgehen. Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Bist du... Warte mal, wer bist du denn? Ich bin Breacher, ich muss breachen. Ah, shit. Draußen davor. Also keine Zeit, ja? Leider nein. Also ein bisschen Zeit hätte, was willst du machen? Soll ich den Drohnen oder was? Ja, ich würde gerne Red Stairs hochgehen. Also wenn du mir da... ... dir eine Drohne hinstellen würdest. Er wäre glänzend, hallo. Ja, also kann ich gleich erst. Die eine Drohne brauche ich hier noch. Ja. Aber ich kann jetzt, wenn ich hier rappel, eine Drohne rüberschmeißen. So, dann rappel ich mich hier hin. Gammel hier mein Leben. Und schmeiß eine Drohne. Wuhu. Schau kurz selber. Ja, ich bin... Okay, ich geh jetzt hoch. Bei Red Stairs unten. Hier ist eine... Die sind hier am Campen gerade. Hier ist ein Puls. Red Stairs rechts. Oben bei Red Stairs ist ein Puls. Ja, man... Der ist jetzt schon ein Puls. Wirst du noch unten oder was? Die abgehauen. Machst du dir doch nichts? Ne, der Puls hat mich... Wenn, dann ja schon gespottet, ne? Also... Will jetzt nicht in den Tod cruisen. Da ist schon eine Claymore. Der scannt da die ganze Zeit. Der scannt hier auf jeden Fall die ganze Zeit. Der Puls. Oh, der Puls down. Der Puls ist down. Ja. Tire. Äh, Marvin, unten drunter haben sie Kite. Wo genau? Ähm, warte. Ich guck kurz. Fuck, ey. Timing. Hat er mich doch gehört? Hä? Okay, ich bin davon ausgegangen, dass Mac viel leiser ist. Ey, die hocken alle, ey. Digga, die Nudeln sind so weg. Die hören gut. Die können das gut hören. Ich kann es nicht. Dude, ich war da. Es war elektrified. Ich kann es nicht. Aber das war... 2-2. Also, wir hatten... Wir hatten Twitch. Wir hatten Maverick. Und wir hatten Kali. Und wir hatten trotzdem nicht... Ey, Kali? Wir hatten Kali? Ja. Alter, was? Twitch, Kali and Maverick not able to breach. Ey, ich finde mich fickt das gerade. Wirklich extrem. Richtig extrem. Dass die Nöck hören, wenn ich da hochgehe. Der hat sofort rüber geswitcht. Krass. Ich dachte, ich wäre leise, Digga, wie der Wind. Uhu. Ich nehme Hibana, weil sie erst nach unten gehen wahrscheinlich. Zum... Ja. Hedges aufmachen. Aber das ist schon... Wir hatten doch... Warte mal. Wir hatten Finca dabei und Nöck. Aber eine Kali war doch auch bei mir. Und eine Twitch war auch da. War kein Maverick da? Hat der Maverick Kali gepickt oder was? Nögen, aber trotzdem hatten wir Twitch und Kali. Und trotzdem konnten wir nicht pitchen. Hmm. Die haben Puls, ne? Also, der wird auf jeden Fall da in Office rumgammeln. Und nach seinen Opfern suchen. Meine Arschung wegsprengen, ja. Ja. Ich habe auch schon ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß gar nicht, wo ich angreifen soll. Er macht sogar die Hedge zu. Mhm. Mhm. Ich ruf einmal an. Ich muss auf jeden Fall hier in den Gang gehen. Calling. Ich habe vorweite noch nicht. Okay. Okay. Wo seid ihr schon? Can call. Ich kann jetzt breachen. Puls hat seinen C4 weg. Okay. Ja, einen habe ich, der wollte rotieren. Good job. Das war der Puls. Okay. Dann ruf ich nochmal an. Calling again. Hacking. Hacking. Fuck. Der Puls kann, äh, der scheiß Legion kann mal wieder rein. Legion. Das ist eine Cam. Cam. Bist du? Bist du tot? Ja. In die Cam gehen. Bin gerade Yellow. Welche Cam? Hier, da steht einer in den Lockers. Ist die eingeschlagen, die eine Cam? Ja, ne? There's one in Lockers. Showers. Showers. Lesion. On ping. One in Yellow. Marvin, bei dir Yellow zum Gang hin. Also links vor dir. Links bei dir. Ja. Ist einer. Melusi ist da. Und keine Cams mehr. Nice. Die Banner, you're a bit useless there. Wo? Unter dir vielleicht? Say. Der ganz hinten durch. Auf dem Ziel auf den Legion. Chill, der plantet. Rechts von dir. Rechts von dir. Der ist halt. Ah, der ist hier. Nice. Woooow. Oh, der war sogar injured. Ja, ja, den hab ich verletzt geschossen. Alter Schwede, ey. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihn verletzt geschossen habe. Es war Risiko. Ich gehe Sailboats. Alle gehen Sailboats. Krass. Ich hab die Kitekralle gesehen. Nein, fickt euch! Okay, aber ich hab ne Kitekralle gesehen. Ich muss wieder durch die Main-Door reingehen, dann würde ich keinen C4 von unten um die Füße kriegen. Wobei, sie haben... Ah, Samir, glaub ich, kein C4. Kite? Kann ich Kite C4 haben? Boah, ich glaub schon, oder? Aber es gibt noch einen, der nicht entdeckt wurde, ne? Ja. Hey, wollt ich doch gar nicht. Fuck! Bei Thorn weiß ich es allerdings nicht. Ich hab sogar Sailboats aktiviert, ne? Ich bin so dämlich, ey. Shit. Ich glaube... Ich glaube, Thorn hat keinen C4. 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 Oh mein Gott, ich wäre eigentlich tot gewesen. Danke, Schild, äh... Boah, ich fühl mich hier überall unsicher. Irgendwas für euch da. Oh, shit. Weeep. Going live. Ey. Ich muss die abbauen. Wo seid ihr? Oben. Okay, ich komm zu euch. Ich hab gerade zwei meiner Schilder verloren. Hätte sie haben können. Ich hab auch keine Drohne mehr, glaube ich. Check das eben. Ich hab noch eine Drohne. Hier ist, glaube ich, ein neuer Vision Trap auf die Stärze geflogen. Du stehst aber auch mutig, Digga. Fährst du? Ja, auf Ping ist einer. One auf Ping. Dann geh ich rüber. Ja, schaffen wir ihn niemals, äh... Das ist der Mischawa. 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 Äh, hättest du doch noch dein Fein, dein, 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 äh... Ding da geregelt, dann... Aber nun gut. Jeder hat seinen Kampf verloren. Ich hab einen Kill gemacht. Hab mich dann umgedreht für Asami, die ja hinter mir in den Schaust noch war. Und dann war aber links bei mir noch einer. Ich würde Skylight gehen. Äh, Skylight sag ich schon, äh, Bridge. Geh ich unten rein. Ja, der und der ja ab. Hm... Wir müssen halt unbedingt breachen, dieses Mal, ne? Ja. Die Frage ist... Es war beides gleichzeitig an. Die haben also... Kite. They got Kite. Naja... Wir haben Maverick, Kali und Termite dabei. Windows are close. Bist du gleich nochmal anrufen. Calling again. I killed him, oh my god. NATO's pinged, you killed one. Okay, von rechts irgendwo. Wir haben schon gebreached. Ich bin schon... Hier ist Sky, ne? Äh, Bridge. Bist du noch Bridge? Okay. Soll ich dir Deko geben? Ich könnte auch Snake reinschmeißen. Ich hab nur Angst, dass nicht jemand von hinten kommt, ey. Es kann sein, dass der Kite verletzt... Ja, Kite ist down. Hab ich pre-fight. Haben wir, oder? Try to plant. Nice, Digga. Guck mal, das lief doch mal. Guter Angriff. Einfach so von mehreren Seiten Druck gemacht. Das ist richtig wichtig, ey. Nee, aber die bewegen sich so wenig, Alter. Die bewegen sich so scheiß wenig. M-m-m-m-m-m-m-m-matchball. Amaru vielleicht wieder? Pass auf Amaru auf, ne? Ich glaube, hier drin können sie ja nicht blenden. Also hier nochmal ein Staffeldraht, vielleicht nicht schlecht. Dann nochmal ein Staffeldraht hier hin. Nummer 1. Hier wird Reinforced. Da ist schon ein Loch drin. Okay, ich würde sagen, eigentlich ist hier bald alles gut. Ich place hier noch ein neuer Gadget. Ich place hier noch ein zweiter Senior Gadget. Bleib ich erstmal hier. Okay, wir haben eine Drohne erwischt. Sehr, sehr wenig, ja. Oh, Amaru. Oder? Ach ne, wahrscheinlich ein Asami Gadget. Siehst, dass sich die beiden Sachen so gleich anhören. Dann ein Fuse. Mhm. Fuse will hier hochreppeln. Oh, Alter. Soll ich rotieren? Das bringe ich ja hier unten nichts, ne? Mark, ja? Nein! Digga, ich hab sie nicht gekillt, man. Scheiß Flashes. Sophia on Bridge. Bridge. Sind die Bridge. Bridge down. Das ist los. Das ist los. Einer war auf Bridge. Einer ist in red. Auf vierer Ping. Einer ist noch Bridge, Marvin. Noch auf Bridge, rechts. Nee, der ist nicht. Er ist draußen wieder. Wird abgelenkt. Ja, da ist's von dir. Ja, geh safe. Ja, aber komm, das haben wir eigentlich. Oh fuck, das war ja gefährlich. Ich hab hier ne Weltrecam. Wenn der reinkommt, sag ich Bescheid. Ey, dass ich dann geflasht, ich war genau vor ihr, ne? Ich hätt sie so easy haben können eigentlich. Die Drecksflash ist drinnen. Ich weiß aber nicht, ob sie drinnen bleibt. Doch, ist jetzt die Stairs runtergegangen? Die Stairs runtergegangen. Vielleicht dront sie noch, ja. Stairs runter. Kommt jetzt wieder hoch. Pushed. Ja, ich. Legion Trap. Legion Trap drin. Pushed, pushed, pushed. Ah, Legion Trap. Haben wir! Schön! Boah. GG. Okay, overall, für mich, äh, waren richtig beschissene Rücken dabei, aber geholt haben wir es trotzdem. Ja. Am Ende nochmal richtig schön weggelachst, die zu vieren, gar keine Chance. Gibt's auch ein Alpha-Pack? 6%? Für mich nicht. Bei mir leider auch nicht. Muchachos, wenn's euch gefallen hat, ein Däumchen da oben, würde uns sehr, sehr freuen. In die Kommentare. Hashtag gemundet. Checkt die Beschreibung aus, Link zu unseren Partnern. Dank euch für den Support. Bis zum nächsten Mal. Gart euch wohl. Ciao, ciao.